Meine lieben Freunde, heute sehe ich mir eine für mich ganz besondere Maus an. Wohl eine der hochwertigsten, spektakulärsten Gaming-Mäuse, die ich seit langem, wenn nicht generell getestet habe. Hier könnte man fast schon von Ingenieurskunst sprechen. Aber spektakulär muss nicht immer gleich gut heißen. Es geht heute um die sogenannte Madcats R.A.T. oder R.A.T. 6+. Auf diese Marke hat mich schon öfters einer meiner treuen Zuschauer aufmerksam gemacht. Mir war sie zwar schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren bekannt, doch ich habe der Marke irgendwie nie Aufmerksamkeit geschenkt. Das ändert sich heute. Bei der R.A.T. 6 Plus handelt es sich zwar nicht um das Spitzenmodell, dennoch ist schon von einer relativ teuren Maus die Rede, je nachdem wie man sehen will. Zum Zeitpunkt des Videos gibt man dafür 65 Euro aus. Vielleicht aber ist der Preis heute mal mehr als gerechtfertigt, wer weiß. Denn die Verarbeitungsqualität und Features sind hier im Gegensatz zu Mäusen der üblichen Konkurrenz auf einem ganz anderen Niveau. Was allerdings nicht heißen muss, dass die Maus für jedermann geeignet ist. Wo liegen die Stärken und Schwächen der R.A.T. 6 Plus? Glückwunsch schon mal für die seit langem schlechteste Verpackung. Das Auspacken hat alles andere als Spaß gemacht, wenn man alles intakt lassen will. Aber gut, nun zum Produkt. Zu Beginn will ich euch gleich mal über die Farboptionen informieren. Derzeit scheint es eine komplett schwarze, so wie eine zum größten Teil weiße Edition zu geben. Letzteres sehe ich mir heute an. Gleich beim Auspacken ist mir schon die verdammt gute Verarbeitungsqualität aufgefallen. Die Oberfläche an sich ist zwar Kunststoff, dafür aber die richtig harte, wertige Art. Aufgesetzt ist die Maus unten auf einem Metallgestell, könnte man quasi sagen. Definitiv keine 0815 Gaming-Maus, die wir so kennen. Auffallend sind zudem gleich die vielen Tasten, Anzeigen sowie das Daumenrad links. Angefangen am Arsch, Entschuldigung, hinterteilte Maus, dürften wir drehen und die drei bereits ab Werk angebrachten 6-Gramm-Gewichter entfernen bzw. das Gewicht so gestalten, wie es uns am besten passt. Also ja, das ist endlich mal wieder eine Maus mit Gewichtanpassungssystem. Für meine wohl verhältnismäßig kleineren Hände passt der Grip out of the box eigentlich schon sehr gut. Ich denke, hier käme man mit den verschiedensten Grip-Arten klar. Wer allerdings die Maus verlängern will, darf die Handballenauflage gerne noch stufenweise verschieben und fixieren. Vielleicht wäre das auch was für mich, wenn der Maus dadurch bloß nicht so ein Buckel verpasst werden würde. Mir ist also die kürzere Einstellung am liebsten. Ganz abnehmen lässt sich die Handballenauflage übrigens auch. Gummigrips oder eine Kunststofftextur gibt es weder links noch rechts, wie man sie auf manchen Konkurrenzmodellen sieht. Doch diese fehlen hier meiner Meinung nach auch gar nicht. Dank der Form hat man bereits ohne einen guten Halt. Ausgestattet ist die RAT 6 Plus mit dem sehr populären optischen PixArt 3360 Sensor. Mit diesem sind hier bis zu 12.000 dpi möglich. Wer so viel braucht, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Auf dem Papier scheint das Modell jetzt aber nicht grundlegend anders zu sein als andere Nagetiere da draußen. Maximal 2000 Hz Abfragerate, Omron-Schalter und RGB-Beleuchtung. Die Gewichtsangabe beläuft sich auf 120 Gramm. Elf programmierbare Tasten stehen uns übrigens zur Verfügung, was schon mal eine klare Ansage für viele Gamer, aber auch Multimedia-Enthusiasten ist. Mehr dazu gleich. In der Standardkonfiguration fungiert die seitliche Rondetaste als sogenannte Präzisionsziel-Taste. Wenn man sie gedrückt hält, wird der dpi-Wert erstmal beispielsweise herabgesetzt, womit man dann schön präzise snipen könnte. Eine nützliche Implementierung, finde ich, ist das Daumen-Rädchen. Diesem Rad könnte man die ein oder andere nützliche Funktion zuweisen, ob nun für Spiele, Videoschnitt oder sonstiges. Könnte uns unter Umständen tatsächlich als so eine Art Geheimwaffe dienen. Ebenso clever finde ich links die kleine Taste neben der linken Haupttaste. Standardmäßig fungiert sie als Profilumschalttaste, doch selbstverständlich bestimmt man am Ende selbst, was die Tasten machen sollen. Ergonomisch perfekt umgesetzt wären dann noch zwei Tastenfunktionen direkt hinter dem Scrollrad, im Moment als dpi-Schalter fungierend. Diese Taste ist leicht und schnell zu betätigen, wieder also Potenzial für eine Geheimwaffe. Etwas getarnt sind natürlich auch die üblichen Vor- und Zurück-Tasten an Bord, die es aber schon fast auf jeder Billigmaus auch gibt. Links gibt es eine LED-Anzeige der aktiven dpi-Stufe. Insgesamt stehen uns vier anpassbare Stufen pro Profil bereit. Profile gibt es wiederum vier für uns. Auf der Unterseite der RAD 6 Plus gibt es sechs kleinere bis mittlere Teflon-Füßchen, womit, wie nicht anders zu erwarten ist, geschmeidiges Gleiten ermöglicht wird. Das Klickgefühl der linken und rechten Haupttaste ist überdurchschnittlich gut. Auch das Scrollrad überzeugt beim Scrollen und Klicken. Anhören tut sich das folgendermaßen. Laut Angabe des Herstellers setzt man für die linke und rechte Haupttaste auf Omron-Schalter mit einer Lebensdauer von mindestens 20 Millionen Klicks. Dann heißt es aber manchmal auch wieder 50 Millionen. Was von beiden also stimmt, weiß ich nicht. Beides jedenfalls gut. Das Scrollrad und die restlichen Tasten basieren dann aber scheinbar nicht mehr auf Omron. Für die mittlere Taste, also quasi das Scrollrad, werden 5 Millionen Klicks angegeben. Die Resttasten dann nur noch eine Million. Die RGB-Beleuchtung fällt hier für so ein krasses Gaming-Produkt eher dezent aus. Die drei Zonen lassen sich mithilfe der Software individuell getrennt voneinander ansteuern. Allerdings gilt das nicht für getrennte Effekte gleichzeitig auf verschiedenen Zonen. So viel wird uns am Sektorbeleuchtung auch gar nicht geboten. Es wird schnell klar, dass die RED 6 Plus für Funktion und weniger fürs Auge gebaut wurde. Denn zum einen stehen uns präzise und teilweise krasse Einstellungsmöglichkeiten zur Performance zur Auswahl, aber eben auch Unmengen, ja Unmengen an Spezialtasten bzw. Funktionszuordnungen. In diesem Ausmaß habe ich das ehrlich gesagt noch nie gesehen. Darunter befinden sich nämlich derartig viele Multimedia-Abkürzungen, ob nun Funktionen oder besondere Tasten der Tastatur. Noch ein Stück interessanter wird die Sache, wenn man selber noch eigene Befehle in Form von Makros programmieren und zuordnen darf. Die Performance der Maus finde ich persönlich extrem gut. Auch wenn es mich einige Stunden Umgewöhnung gekostet hat. Eine Kleinigkeit, die mich besonders anfangs ein wenig gestört hat, ist die Tatsache, dass man die Lift-off-Distanz nicht selber genauer bestimmen darf. Dann hebt man die Maus oft auf und platziert sie anschließend wieder sanft auf die Oberfläche, verrutscht der Cursor meist stärker, als ich es zum Beispiel gerne hätte. Aber sowas ist Geschmackssache und auch daran gewöhnt man sich relativ schnell, wie ich zumindest in meinem Fall feststellen konnte. Das wäre an sich eigentlich auch der einzige richtige Kritikpunkt, den ich hier anführen könnte. Und selbst dieser ist schon Meckern auf hohem Niveau. Umso länger ich mit der Maus arbeite, desto mehr kann ich mich mit ihr anfreunden. Mittlerweile habe ich die Red 6 Plus somit in meine persönliche Bestenliste der Mäuse aufgenommen. 65 Euro für eine Maus ist zwar nicht wenig Geld, aber angesichts der Tatsache, dass uns hier nicht nur verdammt gute Qualität, sondern auch fast Unmengen an Tasten sowie Anpassungsmöglichkeiten geboten werden, ein sogar gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ihr mich fragt. Aber sowas muss natürlich jeder im Endeffekt für sich selber entscheiden. Ich jedenfalls kann der Madcats Red 6 Plus eine klare Kaufempfehlung für fast jeden User da draußen aussprechen, ob Gamer, Content Creator oder sonst noch wer. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal.